Hallo und herzlich willkommen zu Share & Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Vergebung sprechen und darüber, welche Kraft eigentlich Vergebung hat. Und dazu wollen wir erst einmal verstehen, was Vergebung überhaupt ist und was es vielleicht auch nicht ist, betrachten ein paar psychologische Befunde zum Thema Vergebung und widmen uns dann den Vorurteilen, also der Kraft von Vergebung. Ich finde das Thema diesen Dezember so toll und freue mich sehr, dass wir über Loslassen und Vergeben und Verzeihen sprechen, denn das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema oder ein wichtiger Baustein, um auch in diesem Thema Achtsamkeit, mentale Stärke weiterzukommen. Weil solange ich in mir einen gewissen Groll hege gegen jemanden oder etwas, wird es natürlich schwierig, ein komplettes Gleichgewicht, einen kompletten inneren Frieden zu finden. Und was Vergebung ist, ist relativ schwierig zu definieren und auch auf der gleichen zeitgleich relativ einfach. Deshalb lass uns mal ganz kurz darüber sprechen, was Vergebung nicht ist. Also es bedeutet weder, dass du dich entschuldigst, dass du jemandem verzeihst im Sinne von, du gehst hin und sagst, ich verzeihe dir. Es bedeutet auch nicht, dass du ein bestimmtes Verhalten tolerierst oder begnadigst, vergisst oder leugnest. Es bedeutet auch nicht automatisch, das habe ich gerade schon angesprochen, dass wenn du jemandem vergibst, dass du wirklich zu diesem Menschen hingehst und ihm mitteilst, dass du ihm vergibst oder ihr vergibst, ist es tatsächlich eher eine Sache, um deinen eigenen inneren Frieden wiederherzustellen und wiederzufinden und hat gar nicht zwingend direkt was mit einer anderen Person zu tun. Meistens hat Vergebung etwas indirekt mit einer Person zu tun, weil wir häufig eine bestimmte Situation, in der eben auch andere Menschen involviert waren, vergeben möchten. Aber wichtig ist, dass hier keine falsche Vergebung entsteht. Also Vergebung heißt nicht, dass du einem Familienmitglied zum Beispiel in einem Moment vergibst und dann beim nächsten Streit wieder auf diese vergangenen Fehler aufmerksam machst und irgendwie nachtragend bist. Das heißt, Vergebung bedeutet, dass du Dinge loslässt, beziehungsweise dass du Respekt hast für dich und die andere Person und dass du euch beide als gleichwertig wahrnimmst und Vorwürfe dieser Person gegenüber oder einer bestimmten Situation gegenüber loslassen kannst, dass du annehmen kannst, was war und so wieder einen friedlichen Blick in Richtung Zukunft hast. Es gibt auch noch einen etwas theoretischeren Hintergrund zum Thema Vergebung und zwar gibt es im Thema Vergebung drei verschiedene Ebenen oder Richtungen. Also erstmal Vergebung als eine Antwort oder eine Reaktion, also ein klarer Ausdruck und eine klare Kommunikation von Emotionen und Gedanken. Dann Vergebung als eine Persönlichkeitseigenschaft, also eine Persönlichkeitseigenschaft ist immer wie so ein Kontinuum, auf dem wir uns bewegen und manche Menschen vergeben eben schneller als andere, also sind auf der einen Seite des Kontinuums und andere langsamer und dazu wägen wir bestimmte Situationen und Umstände ab und schauen so ein bisschen, lohnt es sich gerade für uns zu vergeben. Das Schöne ist aber, es lohnt sich in der Regel fast immer zu vergeben, weil wir dadurch Frieden finden können und das hat gar nicht zwingend was mit der anderen Person zu tun. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene von Vergebung und zwar Vergebung als ein Qualitätsmerkmal von sozialen Beziehungen. Also manchmal versteht man unter Vergebung auch so ein, ja wie so ein Attribut in sozialen Kontexten, dass Vergebung gleichgestellt wird mit anderen Merkmalen wie zum Beispiel Vertrauen, Intimität oder auch Einsatz, den eine Person in einer Beziehung zeigt. Und wenn dann eine Person gut vergeben kann, dann ist das ein hohes Qualitätsmerkmal dieser Person in sozialen Beziehungen. Also du merkst, ich kann ganz viel dazu sagen, was Vergebung nicht ist und um es mal kurz zusammenzufassen, Vergebung ist, wenn du Situationen, Momente oder auch Menschen loslässt und alles, was vielleicht auch schiefgelassen, äh schiefgelaufen ist, loslässt und akzeptierst, dass das, was in der Vergangenheit ist, nicht mehr zu ändern ist, auch nicht durch Groll, den du hegst und dass du auch erkennst, dass du vergibst, um deinen eigenen Frieden wiederzufinden und gar nicht zwingend, um anderen Menschen Frieden zu schaffen. Nur das Schöne ist, dass dir durch diese innere Haltung von Vergebung bei dir auch Vergebung in anderen auslösen kann oder auch Frieden in deinem Außen verursachen kann. Es gibt verschiedene psychologische Befunde zur Vergebung und zwar einen ganz spannenden möchte ich dir vorstellen, dass je älter Menschen sind, desto höher ist ihre Bereitschaft zu vergeben. Der Grund dafür ist, dass wir Menschen verschiedene Stadien von Vergebung durchlaufen und im jüngeren Alter vergeben wir meist erst, wenn wir wirklich das Gefühl haben, dass wir jetzt quitt sind mit dieser anderen Person und es wird irgendwie so aufgerechnet oder gegengerechnet. Im mittleren Erwachsenenalter vergeben wir tatsächlich, weil es gesellschaftlich anerzogen wurde, weil wir es gelernt haben, weil es von uns erwartet wird, dass wir Menschen vergeben, wenn sie sich entschuldigen. Und erst im späten Alter vergeben wir tatsächlich einfach nur der Harmonie und des Friedens wegen. Und vielleicht kennst du das, dass vielleicht ältere Menschen in deinem Umfeld, vielleicht Großeltern, andere Bekannte leichter sagen, ja komm, ist gut, lass es jetzt ruhen, weil diese Menschen einfach merken, okay, es ist es gar nicht wert, hier diesen Groll in sich zu behalten. Die Harmonie und der Frieden, den ich bekomme, wenn ich vergebe, ist mir viel, viel wichtiger. Und vielleicht können wir uns von dieser Einstellung etwas abschneiden und auch schon im jungen Alter, im mittleren Erwachsenenalter oder auch in all den Zwischenphasen, die dazugehören, schon lernen zu vergeben, weil du vergibst nicht für die anderen, sondern in erster Linie für dich selbst. Lass uns darüber sprechen, welche Kraft denn die Vergebung hat. Vergebung wirkt sich positiv auf unsere Persönlichkeit aus. Also Personen, die anderen schneller vergeben oder bereitwilliger vergeben, berichten weniger negative Gefühle, weniger Ängste, weniger depressive Merkmale und mehr Zufriedenheit im Leben. Außerdem sind Menschen, die häufiger vergeben oder auch leichter vergeben, seltener narzisstisch oder aggressiv und haben mehr Empathie anderen Menschen gegenüber. Dann gibt es ja die Persönlichkeitseigenschaften Big Five und die besagen oder die zeigen, dass Vergebung tatsächlich eng mit dem Big Five oder einer der Big Five Verträglichkeit zusammenhängt, was auch total Sinn macht. Ich bin natürlich auch sozial verträglicher, wenn ich leichter vergebe, weil ich eben den anderen Menschen auf Augenhöhe betrachte, ihn als menschlich betrachte und auch einfach in Ordnung ist, dass dieser Mensch auch mal Fehler macht. Dann hängt Vergebung auch in Partnerschaften mit einer größeren Zufriedenheit in diesen Partnerschaften zusammen und es geht mit einer oder Vergebung geht mit einem höheren Selbstwert und einem stärkeren Wohlbefinden einher. Dir fällt wahrscheinlich schon auf, dass sich all diese positiven Eigenschaften von Vergebung natürlich auch gegenseitig beflügeln, denn wenn ich mit einem höheren Selbstwert in meine Partnerschaft gehe, dann kann ich wahrscheinlich auch eine höhere Zufriedenheit in dieser Partnerschaft erreichen und dadurch wird auch wieder mein Wohlbefinden stärker. Dann ist es so, dass Personen, die eher oder schneller vergeben, mehr Kontrolle in ihrem Leben übernehmen, dass sie hoffnungsvoller und optimistischer sind und das Gefühl haben, sie haben einen Einfluss auf den Weg, den ihr Leben einschlägt. Ganz kurz zu einer Studie, die auch noch mal die Kraft der Vergebung, Verbiegung, wow, das ist jetzt echt oft passiert, zu einer Studie, die auch noch mal die Kraft der Vergebung zeigt und zwar Versuchsteilnehmer, die ein Jahr lang Vergebung trainiert haben, waren tatsächlich, also ein Jahr, ich finde, das ist eine krasse Dauer, die haben das ein Jahr lang trainiert und waren danach deutlich zufriedener, hatten ein stärkeres Mindset, also eher ein Growth Mindset, konnten mehr Selbstvertrauen zeigen und deutlich besser mit zum Beispiel Trauer umgehen, als diejenigen in der Kontrollgruppe, die eben dieses Vergebungstraining nicht absolviert haben. Und ich finde, das sind alles auch Zeichen dafür, dass unsere Vergebung auch unsere Resilienz stärkt, dass wir eben besser und leichter mit Rückschlägen umgehen können. Und das Allerbeste oder was heißt das Allerbeste, noch ein anderer Punkt, der auch super, super cool ist, Vergebung stärkt nicht nur die mentale Gesundheit, denn das waren bis hierhin ja alles mentale Punkte, sondern eben auch unsere körperliche Gesundheit, zum Beispiel unser Immunsystem. Wir haben durch Vergebung und Vergebungstraining weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen, als wenn wir Vergebung nicht trainieren. Ich finde, das sind alles ganz wunderbare Gründe, häufiger mal zu vergeben oder uns selber auch zu reflektieren, was sind Momente in meinem Leben, die ich vielleicht einfach mal vergeben möchte. Welchen Menschen möchte ich vergeben? Und genau deshalb wird es auch am kommenden Montag im Monday-Special eine super, super schöne Übung geben und zwar ein hawaiianisches Vergebungsritual, das uns dabei hilft, eben zu vergeben und all diese positiven Aspekte, diese Kraft von Vergebung auch am eigenen Leib zu erleben und zu spüren. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderwunderbare Zeit. Share & Grow, deine Muriel